57 Tage I im Gefängnis hat mein Leben wirklich verändert von Torben Sondergaard. Grüße im Namen Gottes unseres Vaters und unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin jetzt seit 57 Tagen eingesperrt, und was für eine Reise. So viele Dinge sind in mir passiert, körperlich, geistig und spirituell. Viele Dinge sind auch im Leben der anderen Insassen um mich herum passiert, da ich mindestens drei Menschen hatte, die Gott dankten, dass er ihre Gebete erhört und mich zu ihnen geschickt hatte, und Leben wurden verändert. Ich habe auch gesehen, wie zwei Menschen in der letzten Woche geheilt wurden, und neulich hatte ich die Gelegenheit, mein Zeugnis und das Evangelium mit 15 Insassen gleichzeitig zu teilen, aber dazu ein anderes Mal mehr. Wie gesagt, das hat mich körperlich, geistig und seelisch beeinflusst. Erstens körperlich, ich habe gefastet und etwas Gewicht verloren und es war wirklich gut. Ich habe auch angefangen, zweimal täglich in meiner Zelle etwas Sport zu treiben, um meinem Körper zu helfen, da ich sonst hier nicht viel Bewegung bekomme. Spirituell ist dies die beste Bibelschule, die man sich vorstellen kann. In dem Buch The Heavenly Man, über das ich im Letzten gesprochen habe, Links hier unten, fragen Menschen aus dem Westen oft die Kirchenführer in der Hauskirchenbewegung in China, welches Bibelschul- und Theologiematerial sie verwenden. Sie lächeln oft und sagen, Gefängnis. Ja, das Gefängnis war die Bibelschule, und die Bibel war das theologische Material, das sie benutzten. Sie sagten in dem Buch, dass das Gefängnis der Ort war, an dem Gott sie beiseite nahm, um einige Zeit allein mit ihm zu verbringen, und das verstehe ich jetzt wirklich. Siebenundfünfzig Tage mit Gott eingesperrt und sein Wort hat mich wirklich verändert. Ich verbringe jeden Tag Stunden im Gebet, und ich liebe es, und das Wort ist in mein Leben gekommen wie nie zuvor. Ich habe alle großen Namen im Alten Testament studiert. Abraham, Josef, Joshua, Samson, Samuel, Saul, Elia, Jesaja, Ruth, Esther, Hiob, und die Liste geht weiter und weiter. Ich habe auch das Neue Testament gelesen und viele der Bücher, die ich studiere und mehrmals gelesen habe. Ich habe die Apostelgeschichte dreimal gelesen und zwei große Studien über die Apostelgeschichte gemacht. Eine dauerte zwei Wochen, in denen ich jede Person in der Apostelgeschichte studierte, in welche Stadt sie ging und was in jeder Stadt geschah. Es war wirklich erstaunlich, die Apostelgeschichte so zu lesen, und ich kann nur sagen, dass das, was wir gerade auf der ganzen Welt sehen, die Apostelgeschichte noch einmal ist. Wir leben dieses Leben und ich bin wirklich begeistert von dem, was Gott tut. So geistlich war es so ein Segen, hier zu sein. Emotional war dies eines der schwierigsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe, und es war sehr demütigend, und ich habe wie nie zuvor Ausdauer gelernt und dass es wichtig ist, nicht nach unseren Gefühlen und Emotionen zu leben, sondern im Geist zu leben. Es war also hart, aber Gott war durch alles hindurch treu. Alles in allem bin ich wirklich dankbar für Gottes Treue in dieser Prüfung, die ich durchmache. Ich weiß immer noch nicht so viel darüber, was passiert oder wann ich herauskomme, aber wir dienen einem gerechten Gott, der Lügen und Täuschung hasst, und ich vertraue wirklich darauf, dass er einen wegfinden und alles ans Licht bringen wird. Und er wird mir helfen, frei zu sein. Ich vermisse wirklich meine Familie und die Freiheit da draußen, aber bis dieser Tag kommt, werde ich die Zeit hier im Gebet mit unserem Vater und in seinem erstaunlichen Wort nutzen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Gebete für mich und meine Familie, dass Gott seinen Weg gehen wird und dass ich meine Familie und Sie alle bald wiedersehen werde. Aber ich möchte auch, dass wir alle für die Kirche beten. Es ist wirklich eine große Last für mich, wir wenige da draußen von diesem Leben wissen. Wir sind zu so viel mehr berufen, als nur jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und eine Predigt zu hören und uns dann sonst mit anderen Dingen zu beschäftigen und so zu leben wie die Menschen, die Christus nicht kennen. Wir alle sind aufgerufen, wie die Jünger Christi zu leben. Wir alle sind dazu berufen, Christus nachzufolgen und uns von ihm zu Menschenfischern machen zu lassen. Wir alle sind berufen, ein heiliges Leben zu führen und in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln. Ja, wir alle sind berufen, nicht nur von Gott zu hören, sondern ihn und den, den er gesandt hat, Jesus Christus, zu kennen. Und das ist das ewige Leben, damit sie dich, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, kennenlernen. Johannes 17 zu 3 Wir alle sind berufen, Frucht zu tragen. Alles, was wir in Gottes Wort lesen, ist wahr. Es soll ausgelebt werden. Wenn sie dies lesen und ihr Leben nicht wie die Apostelgeschichte aussieht, wenn sie dies lesen und als Menschenfischer keine Früchte in ihrem Alltag sehen, dann ermutige ich sie, etwas dagegen zu unternehmen. Sehen sie sich unsere drei kostenlosen Filme hier an, tlrmovie.com, oder sehen sie sich unsere kostenlose Online-Pionierschule hier an, Links hier unten, dies hat wirklich Menschen auf der ganzen Welt geholfen, in dieses Leben zu kommen. Das Gott für uns alle hat. Ich werde sie auf dem Laufenden halten, wenn ich ihnen allen da draußen mehr mitzuteilen habe, aber bis dahin möchte ich ihnen allen für ihre Liebe, Grüße, Briefe und vor allem ihre Gebete danken, es bedeutet wirklich viel. Lasst uns beten und eine Reformation der Kirche sehen. Wir brauchen es so sehr. Gott segne euch alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Torben Sondergaard Bleib stark in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Torben Sondergaard